Die Nachricht dürfte für viele überraschend gekommen sein. Kinokassenschlager Fakio Goethe kehrt auf die Leinwand zurück. Vor zehn Jahren startete die Filmreihe rund um Zeki Müller, Chantal und Danger. 2017 schien das Ende mit dem dritten Film besiegelt. Doch nun meldet sich Konstantin Film mit wunderbaren Neuigkeiten auf Instagram zurück. Shanti is back. Jetzt ist es an der Zeit, dass Chantal ihre eigene Bühne bekommt. Mit Chantal im Märchenland wird sich das Spin-off rund um den Kultcharakter Chantal drehen. Neben Darstellerin Jella Hase werden auch Gisem Emre, Max von der Gröben, Nora Tschirner, Maria Erich und Friedrich Lau mit von der Partie sein. Und auch Lehrerlegende Elias Embarek wird laut Konstantin Film einen Gastauftritt bekommen. Wann das Spin-off auf den deutschen Kinoleinwänden erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. ие Details zu werden! Im Moment. Im Moment. Nein, beim nächsten Mal. Evoluing Zieht. 2